Wir wollen es nicht länger schieben, es öffnet sich Türchen Nummer 7. Und heute gibt's für euch Transformice. Ja, stimmt, genau. Transformice. Sehr gut. Und das Tutorial. Also wir sind diese kleine Maus. Können so laufen und hopsen. Zum Käse. Ah, jetzt haben wir den Käse auf den Rücken. Wie süß. Ah. So. Das war's. Okay. Ja, das Tutorial ist super schwer. Ah, so. Dann hol ich mir mal den Käse. Ja, war's doch drin, ne? Nein, war ich nicht. Ich war jetzt erst drin, als ich losgelaufen bin. Ich baue Bretz. Wie baust du denn? Ich bin Schamane. Ach, nur der Schamane kann bauen? Ja. Ah, ich hab's geschafft. Kleine Kiste. Warum anstrengen? Man kann einen Doppelsprung machen. Ich hab schon die Maus. Du hast nur Maus, das ist aber erstaunlich. Oh Gott. Also deine Konstruktion hier schon mal, ne? Das ist echt. Käse. Da kommst du nicht hoch, ne? Ne, du bist so hoch. Beschwör mal schneller. Ich beschwör gleich gar nichts mehr, wenn du so frech wirst. Unglaublich hier. Ich hab keinen Doppelsprung. Okay, ich schon. Oh Gott. Hast du eigentlich unendlich Kisten? Keine Ahnung. Ich kann das Spiel nicht. Oh. Ah. Das ist auf jeden Fall kein unendlichen Doppelsprung. Hm. Also unendlich viele. Erster. Nein, verdammt. So, und jetzt? Toll, ich kann nicht erst so sagen. Jetzt kommt da so Herzchen. Ja, wir haben es geschafft. Oh, okay. Dann gehst du nach links und ich nach rechts? Äh, anderswo. Ich gehe nach rechts. Hab sie? Wow. Dankeschön. Screw you. Warum bist du nicht weitergegangen? Ich konnte nicht. Du bist nach links gerannt. Okay, ich bin Schamane. Muss man das mit der Maus machen? Hm. Du hast ein Feld, in dem du beschwören kannst. Okay, ich frage mich nur wie. Also eigentlich wäre es ja cool, so ein... Aber ich kann da nichts hinstellen. Ich kann auf meiner Seite beschwören. Oh. Bist du jetzt tot? Ja, ich bin tot. Oh nein. Hä? Okay. Hat nicht so gut. Oh, bester Schamane, juhu. Was denn? Was tust du da? Ich musste gerade erst mal verstehen, wie das funktioniert. Oh, man hat wenig Zeit. Schön, dass du... Schön, dass du... Ach. Komm schon. Ich komm da nicht hoch. Watto. Okay, ich hab's so. Äh. Du hast die Kiste auf meinen Kopf gebaut. Ja, du hast das Brett weggemacht. Toll. Will ich mein eigenes Brett bauen. Ah. Oh, das hat nicht funktioniert. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Du hast das Brett weggeholt. Und wieder. Wie denn? Nein. Toll. Du kannst das steuern, wie die Bretter gehen. Ey. Ich hänge da jetzt drin. Oh, nee. Du hast mich eingebaut. Okay. Yes. Hast du den Käse? Mhm. Jetzt musst du noch Käse haben. Ja. So. Fegemaus hier, ey. Du kannst das bewegen. Nö. Doch. Es geht dahin, wo du steuerst. Okay, geh ich schon mal zum Käse? Nein. Dann geh ich zu dem Lach. Äh. Du rufst einfach rein. Ja. Oh. Hallo. Warum? Doch, hat doch geklingelt. So spät. Wo ist denn der Käse? Ja, das ist unten in der Lava. Äh. So. Okay. Eine Küste. Eine kleine Küste. Noch eine kleine Küste. Und mir hat gerade übrigens erst die Musik eingesetzt. Ich hab keine Musik. Dann machen wir da mal so ein Brett hin. Oh. Krass. Keine Ahnung, wo die Musik hin ist. Die ist einfach weg. Oh. Hm. Klasse. Und wie kann ich Sachen wegmachen? Okay, ich hab den Käse. Verdammt, ich hänge... Warum hast du ja jetzt noch was... Ich... Ich komm nicht raus. Wie mach ich denn Sachen weg? Geht das nicht? Keine Ahnung. Du hast du gut gemacht. Bester Schamane. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ja, ich... Was soll ich denn tun? Oh, meiiiinnnnn. Okay, wir haben noch sieben Sekunden. Das schaffen wir nicht mehr. Geh mal von der Schnee runter. Okay. Ich beschau mal. Oh, wie cool. Das ist ein Zirkus. Oh, shit. Ja. Oh Gott, das Titel. Leider schwer. Ähm. Komm zu dir. Gut. Achso. Nein. Ja. Kleine Kisten, bitte. Da ist auch so ein dummer Text über dir, der mir sagt, dass ich dir folgen soll. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Noch eine kleine Kisten. Hast du sie jetzt kaputt gemacht, oder was? Das bist du. So. Das bist du. Aha. Fuck you. What the fuck? Nö. Okay. Nein. Warum? Warum? Warum sind jetzt alle Kisten runtergefallen? Ich weiß es nicht. Ich war hier. Nein. Ich weiß es nicht. Jetzt hüpf. Oh, guck mal. Wir haben Engel. Das ist mir egal. Bei uns. Okay. Ähm. Was darfst du tun? Genau. Das ist ein Kost. Noch kaputt gemacht. Nochmal. Kisten hier bitte. Schnell. Wir haben noch 18 Sekunden. Toll. Ich komm wieder nicht da hoch. Oh. Gibt's vielleicht noch was anderes außer Kisten? Irgendwie vielleicht. Ich weiß nicht. Nein. Und jetzt. Ähm. Tschüss. Nein! Ja. Na hast du verdient. Warum hast du? Oh. Okay. Ich bin Schamane. Das heißt. Du bist auch Schamane. Ja. Luftballon. Wie rutscht die ganze Zeit? Ich auch. Ich weiß noch nicht was ich machen kann. Nee. Ach da. Sind so Bälle? Ey. Ich kann nichts machen. Kann ich nur das nicht machen. Ich bin grad etwas verwirrt. Es fällt ja alles raus. Und nichts hält. Vielleicht das. Wusch. Hm. Hm. Vielleicht kann man da was dran bauen. Ja. Man kann da irgendwas drüber machen. Mach mal noch mehr so wusch. Ähm. Was ich nicht so ganz so wie ich gedacht hab. Okay. Holztring und B. Ich hab gesagt Holztring und B. Aber ich kann nichts machen damit. Äh. Äh. Geht nicht. Also ich drück B. Aber ich kann nichts bauen. Ach doch. Jetzt kann ich bauen. Oh. Oh. Wie du hast gelernt. Oh. Ja. Ich hätte das Spiel halt nicht. Ja. Das wurde ja auch nicht wie schon sorry. Böse. Wtf. Wtf. Wie kann ich denn... Man kann auf C drücken. Ja. Ah. Ah. Okay. Das sieht stabil aus. Oh man. Ähm. Das ist so zu. Okay. Ähm. Ich bin ein Mäuschen. Werden wir jetzt davon getötet? Nee. Oh nee. Wir werden nur zurück geschluckt. Ich kriege eine Pese. Wie hast du denn geschluckt? Ich bin da unten durchgerutscht worden. Frage ist jetzt nur, wie komme ich zum Loch? Lol. Ich bin tot. Oh. Okay. Äh. Hilfe. Nein, 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 nein. Ich will da wieder hoch. Ich will da wieder hoch. Nein. Hilfe für mich. Ui. Okay. Ich bin wieder oben. Äh. Alles klar. Ja. Klasse. Oh. Schau mal den Frühjahr und Freitag. Wir sind tot. Okay, ähm. Wie machen wir das jetzt nochmal? Das B. Oder C, ne? Oder C, ja. Keine Ahnung. Hups. Jetzt warte. Mein Venus. Nein, was tust du? Was tust du da? Ich mach gar nichts. Versuch da was zu bauen. Du musst das befestigen, sonst funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, wie ich befestige. Mit B? Dann hast du so einen Benüppel. Die kannst du an Holz befestigen. Ich kann grad nichts mehr bauen. Ich muss hier irgendwie hoch. So. Wir haben noch eine Minute. weil ich. Ja. Tut mir leid, ich hab's noch nicht ausprobiert. So. Dann hängt es da. Kommst du schon hoch? Oh Gott. Ähm, wo bist'n du jetzt gelandet? Was? What? What machst du da? Ich versuch' ihr zu helfen. Ja, genau. Hilf ihr nicht mir. Sie hatten Käse. Ich nicht. Unsere Zeit wird knapp. Ja. Schnell. Perfekt. Es gibt eine Kanone. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warte, ich glaub' das... Ah, das ist die Kanone. Tadaa. Ups. Oh. Okay. Das Level schaffen wir. Ja. Fliegender Sachen hoch? Was? Wie unfair! War mal witzig. Yes! Kein Käse für mich. So. Dann bauen wir jetzt erstmal hier einen Zettel runter. Das wird nicht funktioniert. Hm. Oh! Fuuuuh! Das ist doch. Ja, und jetzt? Du kannst noch bauen. Wow. Ja. Finde ich auch, wow. Ich kann gar nichts machen. Ich bin tot. Das Tutorial war so einfach, aber es hat gar nicht die Sachen erklärt, die man braucht. Es hat gar nicht erklärt. Ich muss den Käse fangen, wow. Ich kann keinen Doppelsprung machen. Also, ich wüsste nicht wie. Vielleicht muss man den voll machen. Nee. Hm. Er lacht uns aus. Wieso? Ähm. Keine Ahnung. Zu spät, ne? Und jetzt? Wir wüssten zum Käse, du Affe. Du hast Käse. Cool. Ja. Ich hab so viel getan. Ich hab auch keinen Tatepotter gesehen, du. Nee. Aber ich hab auch Käse. Ja. Ja, das ist easy. Ach so. Doch, nicht easy. Oh. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Oh. Warum bin ich jetzt durch die Map geglitscht? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass man nicht über Sand laufen kann. Ich auch nicht. Ja, man kann scheinbar so viel tragen, wie man will. Jetzt gibt's doch noch Wiederbeleben, what the fuck. Ja. Oder Wiederbeleben. Ich auch. Frosant. Hm. Und wir haben ein Geschenk bekommen, wie cool. Danke. Wie würdest du das Spiel bewerten? Zwei Tanzsapfen. Zwei Tanzsapfen, warum? Weil das Tutorial gar nichts erklärt hat. Also es hat jetzt vermeintlich die grobe Mechanik erklärt, aber das hat es gar nicht. Alter. Ach doof. Ja, also ich muss sagen, da gebe ich dir recht. Ähm. Okay. Und... Aber ansonsten finde ich das Spiel halt auch nicht so prall, oder? Also... Ich glaube, es ist ganz witzig, wenn's chaotisch wird, wenn man so richtig mit richtig vielen spielt. Aber ich muss sagen, die Mechaniken und so finde ich echt schwierig zu verstehen. Und wenn wir jetzt nicht unsere Engelchen dabei gehabt hätten, dann wären wir glaube ich gar nicht weitergekommen. Ja. Ähm. Deswegen würde ich auch zwei Kugeln geben. Auch weil ich nicht verstehe, warum die Musik plötzlich weg war. Ja genau, die Musik war auch weg und die kam dann irgendwann wieder. Finde ich auch sehr merkwürdig. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, bis morgen. Jo, bis morgen. Tschüss. Tschüss.